We made a choice, go fight against your fate Pay will come with the pain Pay will wake up the despondent crowd in storm and world somehow I see the storm and out to kill Ja, hi und willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Starrel Ja, wir sind hier in Pinaconi, in den underground, in den Slums, in den Schrottviertel von Pinaconi, wo wir hier eine kleine Diskussion mit Galaga hatten, der uns ein bisschen aufgeklärt hat, was hier los ist. Wer hat das gedacht, alles was hier am passieren ist, ist irgendwie schuld am von dem Stellarion. Es gibt ein Stellarion hier auf Pinaconi, diese Geschwüre, die sich in den Planeten hier auftun und in Form, die Form von so einem Monster nehmen. Ich habe schon hier gesehen, das hier ist ein Stellarion, das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie der erste Boss des Spiels. Ich weiß nicht warum unsere Charaktere Hütte tragen, aber cool. Ist ja nicht, ist ja nicht der Hut von Aventurin? Ich weiß es nicht. Ne, hätte so ein Fedora, ne. Das sieht aus wie ein Fedora. So, aber keine Ahnung, hier müssen wir noch weitermachen, ne. Ähm, 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 ja gut. Weil nicht, äh, ja, das ist der Ort ist hier für alles verantwortlich so ein bisschen, ne. Und ja, wir haben uns mit allen Charakteren hier getroffen, die ja gerade wichtig sind. Und ja, Glühbirnchen ist hier. Ja. Wir wurden alle jetzt zusammengeschmissen, weil wir irgendwie ihr helfen können, nehme ich an, ne. So, jetzt müssen wir mit Sonntag reden. Ich glaube, du bist Sparkle. Ich weiß nicht, wie Misha hier irgendwie so ins Bild hier so passt. Das steht hier, ne. Er ist irgendwie so der Einzige, der hier irgendwie so ein bisschen außen vor irgendwie hier steht, ne. Steht so, ne. Galaga, Glühbirnchen macht Sinn, weil sie ist ein Stellarone Jäger, ne. Und die Misha passt irgendwie nicht rein. Ich habe so das Gefühl, er ist Sparkle, der uns hier alle hier gerade, die uns hier gerade alle ausspioniert und so, ne. Das mal schauen. Ne, jetzt hier weiter. Ich wusste, er hat irgendwie eine andere Form. Ich habe jetzt gedacht, er wäre die ganze Traumwelt, aber. Ne, er war mal ja gar nicht. Ich rede hier, ich denke gerade an den Themenpark. Das ist bestimmt dieses Gebiet, was wir noch nicht hier aufgedeckt haben, ne. Das war gar nicht. Galaga könnte auch Sparkle sein, ne. Ja, jeder könnte jetzt Sparkle sein, ne. Hier mir gucken, Sparkle sein. Ich vertraue der Sache ja noch nicht so ganz. er war der die nette stimme die wir letztens gehört haben das ja jemand anders singt für mich kamera richtig familie Das war's klar. Ich glaube, dass ich das Geld nicht mehr so viel in die Möglichkeit habe, dass ich die Möglichkeit habe. Aber was soll ich? Wir haben die Vorbereitung der Vorstellung der Nannaschie-Berkehrein. Ich muss ihn nicht vergessen, dass ich ihn nicht mehr so verletzen kann. Ja, Nannaschie-Berkehrein ist es nicht so schwer, dass ich mich nicht so verletzen kann. Ich glaube, Sie auch so. ein richtiger läuft niemals von einem kampf davon ja was das zu sagen so ein zweifel sie war einmal die sachen was mit butel und dann haben gerade im express standoff haben dann verpasst schon wieder ja der schild immer auf dem zug und dann ist man später dazu er hätte wahrscheinlich irgendwann den tag das noch weiterreden ganz böser schuft was diese eine boss hier sonntag sowie letztens aventurin nein sag einfach nein verbrauchst du es das war mit dem reden Was ist denn noch am Leben? Das ist mal eine gute Frage, ne? Wenn ich Sie da um einen Geist, habe ich noch nicht, dass er diesen Geist hat und die Computer zu kaufen. Es ist nur ein Problem, dass mein Leben zu kaufen ist, aber ich hätte sie sicher, die Leute zu Feier Laurie betreffen. Ich glaube, das ist ein Problem, dass sein Team Geld mehr und sich mehr auf die Möglichkeit zu fallen. Das war das und ich denke, dass ich so gerne aufhören kann. Danke, Belto. Ja, du bist auch immer bereit. Wenn du etwas anderes hast, dann kannst du dich nicht aufhören, du kannst dich nicht aufhören. Wenn du dich nicht aufhören willst, du bist wirklich der Heilige König. Obwohl du dein Geist ist, die Familie ist sehr tief. Michail hat die Verkaufnahme nicht zu tun. ich bin da oben ein Vogel. außen vor im hintergrund oben links noch mein kopf das spiel extra macht so hey ich sehe du hast den verpasst märz weiter ein eisblock gefangen homerun hält ich fühle mich geschmeichelt ja wann finden wir mal irgendwas darüber aus war dann haben wir schon herausgefunden irgendwie so ein drachen elster die reinkarnation von einem vorigen planeten erfahren das ist was ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin mit einer neuen waffe dann kriegen unser auf karte mal wieder einen neuen pfad 23 planeten er weil er auf karte hat irgendwie er kann irgendwie verschiedene sowie ein gänchen da kann man ja auch irgendwie sehr viel später sind wir überhaupt genau hier sind wir da gibt es auch jedes mal wenn man ein neues gebiet geht kann man ja ein neues element kontrollieren der trailblazer also der hauptcharakter kann den fahrt wechseln wie macht man das nochmal ja wechsel ganz zur zerstörung und bewahrung gehen bei zerstörung hat der im baseball schlerbe bewahrung hat in der lanze da müssen wir mal langsam hinzufügen letzten planeten hier in der jan jan jolo furia haben wir keinen bekommen bella bock war letzter war der zweite planet kennst du diese oma freund sie start nur vor sich hin lacht einen moment dann weint sie merkwürdig piep sie ist möglicherweise traurig negative gedanken helfen ein nicht so kann man nicht fliegen menschen sind komische wesen es wäre viel schöner wird alle immer glücklich werden piep das kann ich durchaus machen ich habe dieses kann die emotionen von charakteren ja ändern ist dann ich gehe zum großen baum zurück ich wünsche dir und der oma viel glück piep was los alter lachgefäße so ja folge galaga und trifft sich mit dem ohrmacher da blüber hin da blüber hin da blüber hin da blüber hin da passt so gut in unsere gruppe schließt sich um sein da passiert hier geht es direkt zum starten jetzt es geht zum theater ist er nicht dass da kämpfer sowas von ging das gleiche hat den einen bewusst hört sich an wie gerade vor die revelation gerade so habe ich jetzt mit diesem team ich weiß es nicht damit ich dafür schnell verrecken werden da kommen wir mal gegen die mat war kämpfen wir werden so weiter fangen gegen die matier kämpfen jetzt nicht ich habe mir fehlen noch zwei oder drei vögel wenn auch noch ihr seien daneben mit den vögeln müssen wir noch üben ich habe fliegt er doch einfach vor allem gegen dann immer vorbei so hey ich jetzt stets war schon fertig hier mit der story gleich so avi turin hat sie auch voll in sich gehabt so als boss deswegen frage ich mich was hier passiert wir hier schon gegen boss kämpfen direkt sieht er voll wichtig aus gerade ich hier noch ausschauen nach dem vögeln halten man geschützt auf dem wir noch zwei check point da war kann schon ein schlimmes passieren ich höre wohl glaube ich aber man ist das hier naja was geht der meeresfläche im schwachbereich in einen garten den vollmond im wasser am nächsten rot nächsten ist ruht ein alter mann auf einer liege ein gold in völliger stelle der ohrmacher michael chair legwork ist in jedem endlosen traum eingetroffen aus dem jenigen geräuschen aus dem kein geräusch mehr aufwenden kann oh die wort verstummen nickt himmico leicht zu dir dort die du atmest tief durch brugs deinen geist und wenn es deinem blick dem ohrenbacher zu traumblasen michaels handbrühe drückt seine hände gegen die traumblase das zähflüssige memorias zieht sich unter der belastung zusammen und dehnt sich dann von deinen fingerspitzen aus wie ein zartes netz legt sich sanft um deine handfläche ein kalter schauer läuft die über den rücken nach deiner erfahrung geht dies mit einer vierzeit von lebendiger miteinander verwobenen erinnerungen einher aber diesmal siehst du nichts du versuchst dich zu konzentrieren oder erinnerung festzuhalten die traumblase ist offensichtlich außergewöhnlich du fragst dich ob dein ansatz falsch war jetzt den atem an und schließt die augen mit einem knie auf dem boden drückst du die stirn gegen den dünnschicht die das memorial umhüllt davor bleibt der abgrund der finstern ist keine rote sonne die auf den schneebedeckten berg fällt kein leises lachen keinen funkelnden sterne kein echo für schwert geklärt und vor allem keine spur von trailblaze da ist nichts mehr zweifelsohn ist dies eine leere traumblase irgendwie verwandt mit dem ohrmacher weil die sehen sich ein bisschen ähnlich ist misha der ohrmacher junge version von dem oder so keine ahnung wo ist da überhaupt so viele theorie da ist der vogel da macht das spiel doch extra hier lass mich dir diese kamera perspektive zeigen so Was ist das für Sie? Ich bin immer noch nicht im Moment. Werden Sie wissen, ist es als, was ich? Ich bin ein Mensch, das Geist zu leben. Das ist nicht so, was ich. Ich bin ein Mensch, die Schmerzen der Welt. Ich bin kein Mensch, das zu me. Ich weiß, dass ich das für mich selbst wissen. Ich bin auch, was er hat. der kassierter ich habe eine wunderbare an tasche gesehen nicht unbedingt haben muss bot Können wir ihn schon antesten? Ja. Ja, die haben ähnliche Farben, ne? Pompom ist auch so schwarz-weiß-rötlich. Sachen Farben. Pompom ist ein Problem. Ich weiß, dass ich nicht gewusst. Ich weiß, dass es nicht so gut gibt. Es ist nicht so gut. Was bedeutet, dass es nicht so gut gibt? Ich weiß, dass es nicht so gut gibt. Ich habe auch das erstes zu tun. Das System ist sicherlich, dass es nicht so gut gibt. Hm. dann geben wir eben so oder ein irgendwie so gedacht dass seine stimme so mechanisch klingt ein cyborg sieht ein bisschen metallisch aus der bizeps aber ich dachte eine rüstung oder so die kina imasen jahreできねえならできる奴を呼んでこい o客様 oi kari o あの時は okke no 投手であるサンデー様が自ら処理してくださったのです 少々お待ちください すぐに連絡いたしますから 彼女は俺たちを困らせようとしているわけじゃない 本当にどうすればいいかわからないんだ これは品たしながらのための人気を振っている これを決している これを決していることがあるから少しここを換える ここであの女性を回るいい そうだし nicht zu erschießen cool das ist noch gar nicht draußen der typ drei mal neun lächeln kann man jetzt nein immer noch nicht hier kann man aber nicht anschauen schade sicher unbedingt einen kampf rein dann immerhin schon spielen können sag ich nehme an dem passt auch so gerade sehe ich gerade hat schon konnte man ja eigentlich auch schon vorher spielen bevor die rausgekommen ist und aber in turin ich spiele ist doch immer erst so spät deswegen tue ich die immer schon spiel nachdem die charakter schon rausgekommen sind also passt natürlich auch nicht ich überlege mir für ihn auch irgendwie zu pullen weil ich einfach so viele punkte noch übrig habe ist eigentlich ganz einfache mathematik ich habe übrigens einen erfolg bekommen letzte tycoon sind noch ein paar zeuge des ersten lichtstrahls von pinakon ja kind schon danach ende irgendwie ich habe ja schon hier ich habe noch 29.000 und zehn tickets das ist noch eine menge zeugs für 18 puls so nehmen wir mal nicht brauchte die maximale anzahl und ich tue einmal meine dinger hier verlieren meine pd dann bräuchte ich 18 puls das sind irgendetwas weniger als 32.000 glaube ich irgendwie so weit mit 30.000 das heißt alles über 30.000 kann ich mir eigentlich hier noch hier leisten zu spendieren das heißt ich kann mir gesagt leisten ein paar mal noch butils gotcha zu spielen und ich glaube danach kommt glühwärmchen raus und die will ich unbedingt haben deswegen ja ich muss eigentlich nur genug punkte noch übrig haben für sie jetzt endlich also ja muss ich ein bisschen rechnen vorher aber ich werde mehr als genug punkte haben ja 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 Ich verstehe euch nicht. Ich weiß nicht, was ich wirklich. Ich weiß nicht, was die Annalie ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich. Das Problem ist, wenn ich nicht so sehr verleihend bin. Oh, wie sieht das? Wenn du dir mein Vater, den ich für meine Weihnachtspartee, wirst du nicht auf ein Tchaumlautern. Das ist der Tchaumlautern. Die Tchaumlautern ist eine Fähler. Das war's für heute. Ich habe mich immer noch überraschend gemacht. Ich habe mich immer noch überraschend. Ich habe mich immer noch überraschend gemacht. Okay, die sich vor einem großen Ebennungen zu sprechen, ist es etwas überraschend, dass ich mich nicht mehr überraschend habe. Wenn ich mich nicht mehr überraschend habe, dann muss ich mich auch überraschend sein. charakter wir sind interessanter das ist der rest bisher geht's gegen ihn zu haben tatsächlich ich wollte ein paar männer in meiner gruppe es gibt ja einige männliche charaktere die ich eigentlich haben will aber die sind eigentlich draußen oder habe ich noch nicht welt hätte ich auch gerne als charakter aber den habe ich nicht und er nur in der standard gacha zur verfügung ist was zahlt random ist oder ich verliere meine pd an ihn was auch random ist dann gibt es noch diesen roboter typen hier ist cool dieser roboter gentleman von dem ich hoffe der wird auch irgendwann mal spielbar dem hatte ich auch schon seit ewigkeiten war ja schon lange und charakter ich weiß gar nicht ob wir irgendwann spiel war wird oder so ja sam wollte ich auch haben aber es sehr mal sich ausgestelltes glühwürmchen also ist ja auch ein typ gewesen den ich gerne gehabt hätte dabei hat sich auch ausgestellten ist ein weiblicher charakter mehr also entweder ist der charakter noch nicht draußen oder ich habe einfach pech den bisher zu bekommen oder der charakter ist weiblich also ich hätte schon gern mehr männer der einzige männliche charakter nicht eigentlich benutzt ist blade weil sie müssen schade finde schon ein bisschen abwechslung haben wenn ich welt hätte er will ich genauso fort benutzen dr ratio aber den will ich irgendwie nicht benutzen weil sie nicht wo ich dann eigentlich sollte wir sind immer generell charakter von denen habe ich noch gar keinen so richtig hoch trainiert außer jukong aber die benutze ich nicht mehr verdampft ja 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 Das war's. Wir schleichen uns einfach da rein. Ich bin Familie, dann werden wir uns nicht zuerst verabschieden. Wir müssen nicht auf die Wanne kommen. Natürlich. Wir müssen nicht mit ihnen zusammen. Wir haben uns ja mit ihr treffen. Wenn wir nicht in der Zeit, ich denke wir trinken uns einfach bis wir ihr träumen mit zu deinen grips was irgendwie war eigentlich der effekt den ich mit ihm aktiviert haben im ersten einsatz erfährt ich kann diesen kampf wird ein ziel für zwei runden dieselbe physische schwäche wie es ultimates hinzugefügt ich habe keine ahnung was das bedeutet zeit für mich nicht nutze die technologie durch meine knarre dennis kula von darüber sieht die da Wir sind hier, und wir werden auch hier verabschieden. Wir werden auch hier, und wir werden auch hier essen. Baby! Das ist die Familie, oder? Hey! Du bist, dein Leben, was du sagen? Das ist eine falsche Schuld. ich habe es noch ein paar ich bin ich bin namenlose namens pompom so ein drink bitte so ein dr so 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 Wenn du so hoch ist, wenn du so hoch ist, dann wirst du mich nicht vergessen. Das ist doch so, dass du so hoch ist, wenn du so hoch ist. Wenn du so hoch ist, wenn du so hoch ist, dann wirst du mir nicht. Das stimmt. Der Memo-Kieper... Du hast doch nicht mehr Geld bekommen, oder? Wie geht's? Na gut. Gebt zu Plotzen. Ja. Was machst du? Alles klar. Ich werde dir das. Dann machen wir heute den Spezial-Drink-Galas-Village. Ich habe einen Klassiker-Selada in der Klassik-Selada. Das ist ein sehr schönes Wettbewerb für dich. Warte mal. Ja, da ist ein Cyborg. In seinem Blur-Fleeced Mortar. Ja, da ist ein Cyborg. Das stimmt. Ich weiß, dass ich auch die Gitarren der Kondenschein, der die Gitarren der Kondenschein betrifft ist, der das Schmerz im Gegenschein. Wenn ich nur am Anfang der Taktion anstehete, nicht so sagen, dass ich an den Kondenschein und den Kondenschein der Kondenschein keine Beratung. Das ist um Geist zu erlangen. Es gibt eine solche Aussage, oder? Die Kondenschein sind nur die Stimme von Licht und sie zu bewegen. Was? Aber... Ich glaube, das ist ein Problem. Du bist wirklich mit einer neuen Einheit? Du bist mit einem Reisbaren? Du bist mit einem anderen Reisbaren? Du bist mit einem anderen Reisbaren? Das ist gar nicht so. Ich habe mich selbst zu wissen, dass ich das Verletzige von Familie anscheide bin. Ich habe die ganze Welt, die über die Einzelpersonen von Pinnocconi bräuchten. Aber es gibt keine Familie, aber es gibt keine Dinge. Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, dass ich den Weg nicht verletzen bin. Ich bin auch nicht verletzend. Aber das ist das, Baby. Ich bin auch nicht verletzend. Ich bin auch nicht verletzend. Baby, Baby, Baby. Oh! Wenn ich mich nicht verletzen würde, Ich bin nur die erste Weg, aber wenn ich mich nicht überlegen, dann kann ich mich nicht überlegen. Ich bin nicht überlegen, in diesem Fall ist ein Schipfen. Das war's für mich. Ich bin so ein bisschen weit weggebracht worden. Aber dann habe ich mich auch nicht verloren. Aber ich denke, dass der Fall des Alkabiri ist, dass das so viele für die Götungen des Segen des Hilfs. Ich denke, dass ihr wirklich richtiges Gehirn verletzt und dass die Götungen des Segen des Segen der Segen hat. Nein. Oh, mein Kind ist nicht zu treiben. Man muss einfach die richtige Reise durchgehen. Man muss die Reise aus, und das ist ein eigenes Vall. Man muss nur ein eigenes Weg aufnehmen, man muss nur ein dicker Weg aufnehmen. Ich weiß nicht, dass man sich selber da gemacht hat. Aber man hat sich selbst einen Geld zu verabschieden. Sie ist schon längst weg wieder. Wenn du diesen Memo-Kieper nicht erwähnt hast, dann gibt es mir eine Anwärmung. Das ist der letzte Punkt. Wie viele Anwärmung gibt es deine Anwärmung? Ich bin nicht wirklich anwärmung. Wenn du immer ein Anwärmung machen kannst, dann ist es ein bisschen leicht. Wie viele Anwärmung gibt es die Anwärmung? Was ist das, was ich? Was hast du gesehen? Ich bin nicht sicher. Wenn du dich anwärmungst und werdetst, dann wird es ein paar Leute. Die Familie hat auch gesagt, dass sie ihre Anwärmung haben. Das ist egal. Ich bin nicht zurückgekehrt. Was ist denn das? Bibi, Nuka,兄弟! Das槍 ist nicht genug? Wir werden jetzt ein paar Worte zeigen. Wir werden jetzt ein paar Worte zeigen. Wir werden jetzt noch ein paar Worte gehen? Dann können wir die Asdena-White-Worte nicht erst mal auskennen. Was? Wie ist Asdena-White-Worte? Sie haben nicht schon mal gesagt. Wir haben noch ein paar Worte. Er hat einen Fadenkreuz als Auge. Okay, immer mehr Besucher im Astral-Express. Da sind wir nur auf der Anhang hier hören sollen. Hat schon. Hat schon und war zerschwan. Das ist das Ding, was ich alle zwei Wochen resette. In der Endgame-Modus, wo man ja gegen Bosse kämpfen muss und so. Das Endlose Abiss, ich vergiss hier jetzt meinen Namen von diesem Ding. Endlose Abiss von diesem Spiel, so wie in Genshin Impact. Okay. 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 Ja, ich wusste es. Ja. 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 . Ja. 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 Ich bin der Fall, aber ich bin der Fall, um zu sagen. Das muss ich nicht. Ich werde alle wissen, dass ich meine Sachen will. Aber das ist nicht jetzt. Ich hätte vielleicht nicht mehr Zeit, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Aber ich werde jetzt nicht so machen. Was? Auf einen Planeten verlassen? Irgendwas wohl. Ich bin der da für dich. Ich waren schon wieder auf dich. Ich habe natürlich nicht die Verwaltung, die Bautil und Räuner. Ich locke mich nicht die Verwaltung. Ah, das ist das für dich. Ich habe nur das Neues in dieser Weise geschlossen. D聲 Mar, ich bitte offen. Das war's für mich. Wenn ich so nicht, dann kann ich mich nicht mit einem eigenen Rangern. Und wenn ich so nicht, dann kann ich mich nicht mit einem langen Verkaufeln. Ich kann mich nicht mit dem Erkaufeln. Ich kann mich nicht mit dem Erkaufeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020